Ja, auch durch den Bug wird diese Nachricht zweimal abgespielt. Aber das sieht echt cool aus. Ja, die sind ausgestiegen, aber die haben ja auch... Ja, ich weiß nicht, ob das als Raumanzug fungieren kann. Weil Natalis Anzug ist sowieso... Soviel ich weiß, schützt er auch vor Vakuum. Und der Rest, wenn die einen Helm anhaben... Moment. Ich müsste jetzt aber erstmal... ...schauen, wo die fünfte Basis ist. Tagebuch. Ähm... Äh. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, aber es scheint nichts verloren gegangen zu sein. Greff Überfälle. Gruß im System des Armstrong Nebel... Armstrong Nebel Cluster. Auch geil. Ich bin beziehungsweise sicher, dass sie aber vorher nicht da war. Und Grissom ist auf jeden Fall ein Raumfahrer, aber halt nur innerhalb von Mass Effect. Bänder. Bänder. So, Krumm, das ist es. Habe ich fast gar nicht gesehen, weil es ein Mond ist. Gar nicht so doof. Gefahrenstufe 1, das heißt, ich sollte mich möglichst nicht allzu lange außerhalb des Markus aufhalten. Ich weiß gar nicht, ob es auch höhere Gefahrenstufen gibt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas mal gesehen hätte. Da. Pass auf. What? Bin ich gerade durch den durchgefahren? So. Das aussah. Was zieht der Mako hier eigentlich für Dodge-Moves durch? Raketen-Anflug. Wir stellen uns mal nur auf die eine Achse. Ja, und hier muss man... Ähm, den wollte ich eigentlich so gar nicht erwischen, aber gut. So, und jetzt können wir hier noch rein, ne? Genau, dann speichere ich aber zur Sicherheit mal. Und das Layout dieser Basis erkennen wir auch wieder. Das ist nämlich der gleiche Typ-Basis wie die, der Rex-Punks? Der ist so gar nicht erwischen. Das ist doch mal drin, was die Heimat war. Ich weiß gar nicht, was die Heimat war. Ich weiß gar nicht, was die Heimat war. Gibt's da oben irgendwas? Stimmt, die Pirscher sind gar nicht wieder aufgetaucht. Finde ich ein bisschen schade. Wäre ein Mass Effect 3 Multiplayer bestimmt ziemlich cool gewesen. Ähm, nein. Ich wollte die Tür nicht vor meiner Nase zumachen. Danke. Ich geh grad noch mal rein. Ich bin mir nicht... Irgendwas fehlt hier, glaube ich. Da... Da ist jetzt grün. Und da ist auch... Es geht mir nicht mal groß um ne Truhe. Es geht mir um den eigentlichen Grund, warum ich diese Quest mache. Genau. Verschlüsselte Gath-Dateien. Die wollte ich haben. So habe ich es am liebsten. Ja, und jetzt... Jetzt haben wir das hier nämlich. Wir können diese Daten nämlich jetzt Tali geben. Weil sie die für ihre Pilgerreise braucht. Das heißt, ich bin jetzt regelmäßig shouting. Das heißt, ichатьсяge die planted im Barsch-Dateien. Das heißt, ich muss das Ganzenehmerussion strengthen. Das heißt, ich gehe unter´innen. Her muss die Tür Shopik sein. Und da ist er shipwärts. Wollen Sie einfach aus beruf. Lass mich fragen mal davon, bis ich eben draußen. Das kommt … Words. Für mich. Ich bin. Ich liebe mich. Schäppert, ich muss mit dir sprechen. Es ist wichtig. Was ist falsch? Du kennst die Daten, die du von diesen Geht-Kontroll-Noten genommen hast. Die Informationen, die du in der Allianz-Kontroll-Kontroll hast? Ich will eine Kopie davon. Du willst diese Daten zurück in die Migrant-Fleete? Diese Daten haben Informationen, die wichtig sind für unsere Werte, um die Geht-Kontrollen zu verstehen. Es könnte sein die Schläge, um uns zu retten, um uns zu retten, um unsere Zuhause zu retten. Das wird eine Jahre dauern, um zu retten und analysieren die Daten zu retten. Vielleicht sogar eine Jahrzehnte, aber es ist wertvoll, die Zeit. Diese Informationen geben uns neue Werte in wie die Geht-Kontrollen und veröffentlichen über die letzten Jahre. Gehen Sie bitte, eine Kopie. Meine Leute, ich, ich, eine große Geld, eine, die ich nie kann. Okay. Die einzige Sache, die ich zurückführen kann, ist das, was du bereits hast. Meine solle Begegnung ist, dass du mit dir bleiben, bis Satan und seine Geth-Arme getötet sind. Ich wollte noch nie mehr. Danke, Shepard. Shepard. So, du würdest du ein Murk sein, als zu helfen? Ich bin ein Krieger. Das ist das, was ich mache. Du bist nicht alle Angst, was mit dem Krogan passieren wird? Was in der Hölle willst du mit mir machen, Shepard? Ich habe Angst, dass ich meine Arme auf der Bühne und nichts dafür bekommen habe. So, du hast entschieden, um deinen eigenen Weg zu gehen? Ich habe entschieden, dass die Kredite zu tun ist besser als die Kredite zu verletzten. Ich bin nicht wie du, Shepard. Ich bin kein Hero. Die Kredite zu verletzten. Die Kredite zu verletzten. Die Kredite zu verletzten. Die Kredite zu verletzten. Aber das ist nur Teil des Jobes. Du musst nicht wählen, wer deine Feind sind. So lange, Rex. Shepard. Kredite zu verletzten. Kommandant, ich... Was kann ich für dich tun? Irgendwas, was dich beeinflusst? Es ist, Herr. Ich beginne zu fragen, ob wir dich überhaupt finden werden. Er ist immer ein Schritt vor uns, und er hat diese verdammten Gärten. Entschuldige bitte, wir haben noch zwei Spuren, von denen wir nachgehen können, die ich jetzt ein bisschen vernachlässigt habe. Chill, ne Runde. Wir sind nahe, Gärten. Wir finden ihn. Ich wünsche mir, dass ich deine Aufmerksamkeit hatte. Ich kann nicht nur das Gefühl, dass er mit dem, was er gemacht hat. Ich weiß, dass du alles, was du kannst. Und wenn jemand ihn kann, dann ist es du. Aber wenn jemand anderes kann, kann ich helfen? Alles. Juste erzählen mir, was du willst, und ich werde das machen. Danke, Gärten. Ich will das in Ordnung. Juste sicher, dass du bereit bist, wenn wir ihn verletzten. Ja, Herr. Ich werde bereit sein. Kann ich dir was fragen, Commander? Nein, auf Wiedersehen. Doch, natürlich. Was ist es? Bist du Angst, dass der Kanzel sich Saren beschützen könnte? Ich meine, sie waren wirklich schon vorhin. Was ist, wenn wir ihn finden, ihn zurück in die Citadel bringen und sie versuchen, zu agieren? Sie haben ein paar Gedanken darüber. Sprich deine Meinung, Garris. Na ja, vielleicht sollten wir ihnen die Chance geben, Commander. In meiner Meinung nach, Saren ist zu gefährlich, um zu leben zu bleiben. Nichts kann passieren. Er könnte weggehen, oder der Kanzel könnte ihn wegziehen. Wenn wir ihn finden, wenn wir ihn finden, ich sage, dass wir ihn verletzen können. Ich bin froh, dass du es so gesehen hast. Ich hatte nie eine Art 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 Art. Ich habe es ja schon vorher mal gesagt, ich will, dass Garris der Renegade zu meinem Paragon ist. Im Spruch von Admiral Hackett, Commander. Ich habe es back in anderem. Wir haben gerade bekommen, dass diese Geth-Inkursion größer ist als wir gedacht haben. Wir sind wahrscheinlich für eine große Offensive im System vorbereitet. Wir werden die Patrol in der Arm-Strong-Cluster erhöhen, um sicher, dass sie nicht mehr Foothold in der Region können. Sehr gut, Shephard. Du hast viele Menschen geschaut auf diese Mission. Wir gehen. So, Saturday. Ups. Muss ich gleich... ...ausbuten. Also ich bin gerade gegen... ...das Mikrofon gekommen, bzw. gegen... ...die Haltung vom Popschutz. ...equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Alliance officials report that a Geth-Inkursion into the Armstrong-Cluster has been repulsed, with the Geth suffering heavy casualties. In the event of future Geth-Activity, the Alliance plans to maintain a strong security presence in the area. Dich persönlich natürlich nicht erwähnt. Hello Commander. Show me what you've got. I'll open the rare stock for you Commander. Enjoy. Der Tipp ist auch klasse. Hier, das ist eine von den Top-Rüstungen, aber das ist nicht die, die ich meine. Die sehe ich hier auch leider noch gar nicht. So, wir verkaufen mal. Also alles, was unter 5 ist, auf jeden Fall. Ah, ich hatte gerade vielleicht noch Skype auf abwesend stellen sollen, aber es ist jetzt auch egal. So, zeigt es mir jetzt. Also das hier ist speziell für Spectres. Aber ich sehe hier leider auch noch nicht so viel. Hallo! Oh! Okay. Was? Really, nigger? Just... a god. This is what the Blitz felt like, Conrad. You like it? What? No, please. Please don't hurt me. Why are you doing this? Because you're not a soldier, Conrad. You can't handle this. Go home. I thought you were a hero. Heroes don't do things like this. I wish I'd never met you. Oh, sure. I wish I'd never met you. Thanks. Everyone. Oh, was für eine Arroganz das ist. Also, ich wäre sicher ein toller Spectre. Ja, es sind nur die Eliteagenten der Galaxie. Ähm, Zetter der Turm suche ich nicht. Ich will zum... Hier. Okay. Okay. Prisidium Technicians are struggling to understand, why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Foreshadowing. Direcoure outdated Test. Standby, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved.